Heute am 22. Dezember zeige ich euch ein Halbpatent. Die feste Anschlagskante, die ich euch gestern gezeigt habe, habe ich hier schon gearbeitet. Fürs Halbpatent ist es wichtig, dass rechts und links die Randmaschen am Hauptbett sind. Stellt den Strickschlitten ein. Maschenweite für euer Garn entsprechend. Der Strickschlitten steht links. Also drückt ihr für Halbpatent die rechte Paartaste am unteren Strickschlitten. Der Schalter wird auf Patent wie P eingestellt und die entsprechende Maschenweite. Nun hängt ihr die Randmaschengewichte ein. Das ist dieses Gerät. Das hängt hier ein mit den kleinen Gewichten. Und sichert damit rechts und links die Randmaschen. Dies solltet ihr alle 20 Reihen nachhängen. So, nun könnt ihr einfach rechts und links stricken und Halbpatent arbeiten. Das Halbpatent nehmt ihr von der Maschine ab, indem ihr die Nadeln wieder umhängt. Aus hinterer Hauptbett arbeitet die langen Maschen, also eine Reihe nur nach rechts stricken, in einer höheren Maschenweite abhekeln und fertig. Jetzt zeige ich euch noch, wie das Halbpatent aussieht. So sieht gestricktes Halbpatent auf der Strickmaschine aus. Ganz klar wie Perlen. Nennt sie auch Perlpatent. Das Halbpatent.